Jo Leute, herzlich willkommen. Das ist jetzt mein aller aller erster Vlog. Ich teste hier gerade die Kamera und so weiter und so fort. Und jo. Jo. Heyo Leute. Schön, dass ihr das Video angeklickt habt. Fliegen überall. Ach scheiße. Äh ne, Spaß. Ähm, in diesem Video wird es jetzt drum gehen, ne. Äh, Videodays und Gamescom. Ich bin ja eine ganze Woche in Köln und es wird richtig geil mit dabei. In unserer Ferienwohnung sind, äh, Nodob, Veni, Sky, Anja, der Mauch. Dann kommt noch, äh, ein paar Tage, äh, Fat Crafter her. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, vom TS oder so. Und ja, ich hab mir jetzt hier, äh, diese, äh, Cam gekauft. Wie heißt die nochmal? Canon. Äh, äh, äh. Ich muss lesen. Canon Lergia Mini. Ja. Ähm, ist richtig, richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Es macht richtig Spaß irgendwie da was, äh, aufzunehmen. Ich bin mit dem Longboard unterwegs. Und, äh, hier, ich sitz drauf, by the way. Und sitz jetzt gerade in der Natur rum, weil das hier richtig cool ist. Mir gefällt dieser Ort. Hier war ich früher immer zum Baden. Ich kann euch, äh, mal den Fluss einblenden, beziehungsweise das Bächchen, was hier hinter mir ist. Da gehe ich nachher ein bisschen näher dran. Und, jo, ähm, ich bin noch ein bisschen ungeübt im Vloggen. Deswegen, äh, sorry, wenn ich irgendwelche Schneidefehler oder irgendwas hab. Aber, äh, es macht auf jeden Fall ziemlich Spaß. Das muss ich sagen, es macht, äh, richtig Spaß. Ich hab auch jetzt vor, von der Gamescom hier, äh, jeden Tag was hochzuladen. Ich hab meinen Laptop so weit gebracht, dass ich damit, äh, schneiden kann. Ich hoffe, das funktioniert. Und, jo. Ähm, ja. Wie sieht's jetzt aus? Video Day, äh, ist ja Freitag und Samstag. Und ich bin höchstwahrscheinlich am Samstag dort. Und hab da auch so mit Veni zusammen einen, äh, Ort, einen Tisch, äh, wo ich Autogramme geben kann, wenn irgendeiner will. Aber eigentlich will ich nur so dorthin. Äh, aber wenn jemand Bock hat, kann er vorbeischauen. Die Uhrzeit weiß ich noch nicht genau. Da sag ich noch mal was Genaueres. Und, ja, Gamescom bin ich mittwochs da am Pressetag. Ich weiß nicht, ob jemand von euch am Pressetag da ist. Äh, werden wir dann sehen. Und Donnerstag bin ich von 9 bis 13 Uhr woanders. Danach komm ich erst auf die Gamescom. Und abends bis 18 Uhr bin ich circa dort. Und wenn ihr da irgendwie, also Freitag bin ich auch auf der Gamescom. Und am Sonntag auch nochmal. Und Samstag vielleicht, je nachdem wie es aussieht. Äh, fliegen! Jo, ähm, ich kann nicht ruhig sitzen, ich weiß. Jo, äh, was würde ich noch sagen? Wenn ihr wissen wollt, äh, wo ich bin. Also ich hab da jetzt nicht speziell irgendein Fan-Treffen organisiert oder so. Äh, folgt mir einfach auf Facebook, auf Twitter, Instagram vielleicht. Äh, werde ich da was posten. Aber Facecom, äh, Facecom. Facebook meine ich. Und, äh, Twitter auf jeden Fall. Äh, die Links dazu sind in der Beschreibung. Würde mich freuen, äh, wenn ich den einen oder anderen antreffe. Äh, und ansonsten, ja. Ja, jetzt probiere ich noch ein bisschen hier, äh, irgendwas anderes zu filmen. Ein bisschen Natur, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dann ein Video zusammenzuschneiden, was dann hoffentlich am Sonntag um 18 Uhr kommt. Äh, ja, und dann werdet ihr von Montag bis Sonntag mit Videos, äh, verwöhnt, sag ich mal. Wenn es funktioniert, wenn alles funktioniert, wenn ich Internet habe zum Hochladen, wenn alles klappt. Äh, jo. So, ansonsten, bis dann. Ja, nein. Aus. Musik 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 Musik